Giovannis Trading Chancen am Mittwoch, 5. Juni. Der DAX ist gestern unerwartet stark gestiegen. Es könnte heute weitergehen. Ich habe natürlich einen DAX Ausblick für euch. Etwas zu den Devisen und natürlich auch die ein oder andere Aktie auf der Watch. Auch einige US-Aktien, für die unter euch die US-Aktien traden. Ja, schaut euch das volle und kostenlose Video an, in dem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert. Bis zum nächsten Mal.